Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mit euch wieder mal ein Smart Lock einbauen und zwar hier von W-Lock und zwar das Smart Touch EBL41. Hierzu schauen wir einfach mal schnell in den Lieferumfang des Schlosses. Hier haben wir eigentlich alles schon, was wir für die Installation benötigen. Ihr seht hier die wichtigsten Komponenten auf dem Tisch liegen. Wir haben die Bedienungsanleitungen, das Smart Lock im zusammengebauten Zustand, das Werkzeug sowie zusätzliches Installationsmaterial und drei RFID-Karten, mit denen wir dann auch dieses Smart Lock öffnen können. Bevor wir das Smart Lock in das Schloss einbauen, empfehle ich das Smart Lock immer erstmal trocken einzurichten. Das heißt, wir nehmen das Smart Lock in Betrieb und verbinden es schon mal mit der App und mit dem Smartphone und programmieren das Smart Lock, bevor wir es einbauen. Bevor wir nun das Smart Lock mit unserer App verbinden können, müssen wir natürlich das Smart Lock erstmal in Betrieb nehmen. Dieses Smart Lock hier wird mit Batterie betrieben. Verwendet hier bitte nicht die schwächsten Batterien, verwendet hochwertige Batterien. So habt ihr eine längere Laufzeit. Das Werkzeug zum Einlegen der Batterien ist hier im Lieferumfang enthalten. Also öffnen wir einfach mal hier unsere Abdeckung. Einfach hierfür die eine Matenschraube zurückdrehen. Das Smart Lock hat nun in diesem Zustand hier vorne zwei Klappen. Die erste Klappe beinhaltet einen USB-Anschluss. Ich zeige ihn euch einfach mal. Hier ist er, der ist nicht zum Aufladen der Batterien gedacht, nur so zur Info. Das ist ein Kommunikationsanschluss und unter der zweiten Klappe könnt ihr eure Batterien einlegen. Legt die Batterien bitte so ein, wie sie hier aufgezeichnet sind. Haben wir die Batterien eingelegt, können wir das Schloss auch gleich in Betrieb nehmen. Einfach kurz mal hier auf die Power-Taste drücken. Ihr seht dann hier oben im Display den Status sowie natürlich auch den Status der Batterien. Jetzt können wir das Smart Lock schon mit der App verbinden. Hierfür ladet ihr euch einfach im App Store die W-Log-App herunter und meldet euch dort bitte an. Habt ihr nun die App geöffnet und euch angemeldet, kommen wir zum Verbinden mit dem Schloss. Das ist eigentlich ziemlich einfach zu realisieren. Wir schauen einfach mal hier in die App. Wir sehen hier eine große Plus-Taste. Drückt diese einmal und so könnt ihr euer Gerät hier hinzufügen. Wir klicken auf W-Log hinzufügen und scannen den QR-Code hier auf dem W-Log auf unserem Schloss, um uns mit dem Schloss zu verbinden. Als zusätzliche Sicherheitsmethode befindet sich auf dem Schloss, deswegen habe ich euch ja gesagt, baut es bitte vorher nicht ein, hier noch eine Identifikations-Code-Nummer. Diese müsst ihr jetzt auch nochmal eingeben, um euch mit dem Schloss zu verbinden. Das soll verhindern, dass sich irgendjemand von außen quasi in das Schloss einloggen oder einhacken kann. Wir geben nun den Code ein, der hier auf dem Schloss steht und können uns so mit dem Schloss verbinden. Ihr seht, in meinem Fall wurde die Verbindung sofort hergestellt und ich bin mit dem Schloss gekoppelt. Jetzt können wir hier auf das Schloss klicken. Haben wir nun die App erfolgreich verbunden, kommen wir zum Schloss. Am Schloss würde ich als erstes mal einen Administrator einrichten. Das ist die Person, die quasi das Schloss hauptsächlich verwaltet. In diesem Fall hier ich. Das heißt, wir vergeben jetzt hier erstmal einen Administrator-Fingerabdruck. Wie machen wir das? Wir schauen dazu einfach mal kurz auf das Schloss. Hierzu betätigen wir 5 Sekunden die Power-Taste. Und fügen einen Administrator-Fingerabdruck hinzu. Ich empfehle euch, mindestens 3 Administrator-Fingerabdrücke hinzuzufügen. Das heißt vielleicht eure Daumen, Finger, was auch immer. Denn es ist immer besser, den einen oder anderen Fingerabdruck mehr einzugeben, falls man mal verschmutzte oder verschwitzte Hände hat. Ich empfehle euch hier dementsprechend 3 Fingerabdrücke hinzuzufügen. Das ist das Maximum bei den Admin-Abdrücken. Diese benötigt ihr auch, um weitere Personen hier anzumelden. Wir betätigen wie gesagt die Power-Taste 5 Sekunden. Und beginnen sofort mit dem Fingerabdruck hinzufügen. Ihr werdet hier mehrmals gebeten, den Finger aufzulegen und habt somit den ersten gespeichert. Ihr könnt nun noch weitere Fingerabdrücke hinzufügen. Ich habe ja gesagt bis zu 3 Stück. Macht das bitte, sodass ihr dann mehrere Finger hier zur Bestätigung habt. So, ich habe jetzt 3 Admin-Finger hier hinzugefügt. Wie gesagt, ihr könnt auch weitere Personen hier zufügen, die auch ein Admin sind. Und habt somit quasi die Möglichkeit, das Schloss jetzt zu programmieren. Ihr könnt nun auch im Nachhinein weitere Fingerabdrücke hinzufügen. Ich möchte das jetzt einfach mal machen, indem ich quasi eine weitere Person hier anlerne. Wir haben ja jetzt unseren Admin-Fingerabdruck. Das heißt, ihr betätigt hier die Power-Taste wieder 5 Sekunden. Bestätigt euren Admin-Zugriff mit eurem Fingerabdruck. Und könnt nun hier auswählen, dass ihr User-Fingerabdrücke einrichtet. Beginnt einfach dann mit den Fingerabdrücken der weiteren Personen, indem ihr diese einfach hier hinzufügt. Somit haben wir den User-Fingerabdruck hier hinzugefügt. Das könnt ihr dann dementsprechend mit euren Angestellten, Familien, Mitgliedern, wer auch immer hier hereingelassen werden soll, weiter so fortführen. Sollte bei diesem Fingerabdruck an Meldungen etwas schiefgelaufen sein, könnt ihr natürlich über die App dann dementsprechend auch eure Fingerabdrücke wieder ganz einfach löschen. Hierzu geht ihr einfach wieder in die App, wählt euer Schloss aus, verbindet euch mit dem Schloss. Wurde die Verbindung aufgebaut, wählt ihr Fingerabdrücke löschen und könnt dann die dementsprechenden Fingerabdrücke hier eingeben, die ihr verwalten oder löschen wollt. Hier könnt ihr gezielt die Zahl eingeben eines einzelnen Fingerabdrucks, zum Beispiel Fingerabdruck 1, 2, 3 oder 4. Oder ihr löscht alle, dann gebt ihr 0 bis 99 ein. Somit sind dann alle Fingerabdrücke hier wieder gelöscht. Nachdem wir nun die Fingerabdrücke hinzugefügt haben, können wir natürlich auch das Schloss etwas komfortabler öffnen. Ich zumindest finde das so, und zwar per RFID-Karte. Es sind ja schon drei Karten hier im Lieferumfang enthalten. Ihr könnt natürlich auch weitere Karten hinzufügen. Es funktionieren auch teilweise kompatible Karten. Um diese anzulernen, gehen wir folgendermaßen vor. Selber Vorgang. Wir betätigen die Power-Taste für über 5 Sekunden. Wir identifizieren uns mit unserem Atmen-Fingerabdruck. Und wählen den Punkt Add Card. Also somit könnt ihr eine Karte hinzufügen. Please. Also jetzt sollen wir die Karte quasi hier einfach dran halten. Einfach hier oben dran halten. Die Karte wurde identifiziert und hat eine Nummer gekriegt. Hier in unserem Fall die Nummer 1. Und ihr könnt jetzt auch weitere Karten hier hinzufügen, wenn ihr gerade in dem Menü seid. Nummer 2. Und natürlich Karte Nummer 3. Sind wir hier fertig, warten wir einfach ab, bis das Schloss die Eingabe wieder sperrt. Und zurück in den Urzustand geht. Jetzt haben wir dementsprechend auch unsere Karten angelernt und können diese sofort verwenden. Zum Öffnen des Schlosses mit der Karte tippt ihr einmal auf die Power-Taste, legt die Karte auf und wir können dann dementsprechend hier unser Schloss öffnen oder schließen. Neben den angelernten Fingerabdrücken und Karten können wir natürlich das Schloss auch per Smartphone entsperren. Wir sind wieder in der App, haben uns mit dem Schloss verbunden und haben hier unten eine große Taste. Wenn wir diese klicken, hört ihr, triegelt das Schloss und wir können es dann dementsprechend auch öffnen. Die vorhin hinzugefügten Karten können natürlich auch hier über die App dementsprechend verwaltet werden. Das heißt, klickt hier auch wieder auf Karte löschen, gebt dann die dementsprechende Karte Nummer 1, die ihr hier vorhin vom System vergeben bekommen habt. Und können dann dementsprechend diese Karte auch löschen. Hier bei den Originalkarten ist auch ein QR-Code aufgebracht, diesen können wir alternativ hier auch scannen und so die Karte dementsprechend einfach löschen. Dasselbe geht natürlich auch mit dem Anlernen der Karten. Das ist etwas komfortabler als das Anlernen der Fingerabdrücke. Hier wählt ihr einfach Karten hinzufügen und könnt dann dementsprechend auch die Karten über die App anlernen. Der Vorteil bei der App, hier können wir auch den Karten ein Ablaufdatum vergeben. Ich zeige es euch einfach mal, indem ich eine Karte hier mal beispielhaft lösche. Das heißt, wir gehen in das Schloss, wählen Karte löschen. Hier haben wir die eine Originalkarte, klicken auf den QR-Code oder auf QR-Code scannen. Scannen den QR-Code der Karte und haben diese somit aus dem Schloss gelöscht. Jetzt möchte ich diese Karte mal zeitbegrenzt hinzufügen. Dafür klicken wir auf Karte hinzufügen, klicken auf die Startzeit des Hinzufügens. Das wäre einfach heute. Und Ablaufdatum wäre eventuell morgen. Das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ein Handwerker oder eine Person zu Besuch kommt und ihr wollt diese Person mit der eigenen Karte, die die Person hat, hier quasi befristet Einlass gewähren. Haben wir das gemacht, klicken wir auf Bestätigen. Ihr könnt, wie gesagt, auch unbefristet die Karten anlernen. Dafür klickt ihr auf Unbefristet. Wir klicken auf Bestätigen, scannen die Karte wieder ein. Und haben diese Karte jetzt befristet an dieses Schloss angemeldet. Das Schloss bestätigt uns das nochmal. Wir probieren, ob die Karte jetzt angelernt wird, indem wir das Schloss aufwecken, die Karte präsentieren und ihr seht, wir können das Schloss öffnen. So, nachdem wir das Schloss nun soweit eingerichtet haben, möchte ich mit euch das Schloss mal schnell einbauen. Dieses Schloss ist vorwiegend für Holztüren und Innentüren gedacht. Für Außentüren würde ich es eher nicht einsetzen. Wie installieren wir das Schloss? Das ist auch sehr einfach erklärt. Hierfür prüft ihr bitte die Tür, an der ihr den Einbau vornehmen wollt im Vorfeld, dass hier alles dementsprechend ordnungsgemäß funktioniert und der im Vorfeld vorhandene Schließzylinder auch leicht läuft. Nun können wir diesen Schließzylinder ausbauen. Wie genau das funktioniert, habe ich auch schon in anderen Videos erklärt. Diese findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. An dieser Stelle installieren wir nun den Waylock Schließzylinder. Hier diesen einfach so wie hier gezeigt einbringen, positionieren und auf der Rückseite am besten gleich den Drehknauf aufstecken. Nun können wir den Schließzylinder ordnungsgemäß im Schloss positionieren und mit der Schraube fixieren. Haben wir den Schließzylinder im Türschloss verschraubt, können wir nun auch noch den Knauf auf der Innenseite auf die dementsprechende Größe einstellen und hier mit dieser Madenschraube verschrauben. Nun, jetzt prüfen wir nochmal alles auf Funktion. Das heißt, wir testen das Schloss, indem wir einfach mal einige Schließungen und Öffnungen simulieren. Ich empfehle euch natürlich, diese im Vorfeld am besten bei geöffneter Tür durchzuführen. Falls hier noch irgendwas nicht stimmt, ist die Tür dann dementsprechend nicht verschlossen, wenn ihr nochmal hier etwas nacharbeiten müsst. Hier in unserem Fall funktioniert der Fingerabdruck sowie natürlich auch unsere RFID-Karten. Und da das Schloss natürlich auch über Bluetooth verfügt, können wir das Schloss dann dementsprechend auch per Bluetooth über die Handy-App öffnen und dementsprechend entriegeln sowie natürlich auch wieder verriegeln. Des Weiteren bietet uns natürlich noch die App weitere Zusatzfunktionen. Ich möchte euch einfach mal die wichtigsten hier nochmal erläutern. Wir schauen einfach mal auf die App. Wir haben natürlich auch hier ein Sperr- und Entsperrprotokoll. Dieses könnt ihr per Bluetooth von dem Schloss auf euer Smartphone übertragen. Einfach hier auf das Protokoll klicken. Es wird geladen. Und hier werden uns nun die verschiedenen Schließvorgänge aufgeführt. Hier sehen wir, um wie viel Uhr wer welcher Nutzer, welcher Fingerabdruck, welche RFID-Karte oder welche App das Schloss geöffnet oder geschlossen hat. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie ihr seht, die Installation dieses Schlosses ist relativ unkompliziert und einfach durchzuführen. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Dieses Schloss wurde mir in der Weise vom Hersteller zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Link zu dem Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, klickt natürlich auch noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Schuss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Ich sage mit Schuss bis zum nächsten Mal.